Musik Weiter geht's jetzt mit einer TV-Premiere. Neu hier bei uns bei Pearl TV und auch neu im Katalog. Und es ist was richtig Sinnvolles, gerade jetzt im Sommer. Es geht nämlich um richtig praktische Fenstergitter bzw. auch Türengitter, damit eben die Insekten draußen bleiben. Und das haben wir in zwei verschiedenen Farben, entweder in der Variante Schwarz oder auch Weiß. Müssen Sie einfach schauen, was da am besten für Sie in Frage kommt. Aber man kennt es ja auch, man möchte dann einfach mal durchlüften, gerade abends, wenn man das Licht an hat. Und so bleiben dann eben diese ganzen Insekten draußen. Und das ist ja genau das, was man eben möchte. Ich finde, so einfach und so praktisch war das noch nie. Ja, man kennt ja verschiedene Systeme. Es gibt ja diese Alu-Systeme, die angeblich auch ganz einfach zurechtzuschneiden sind. Das ist ein System, das habe ich noch nie gesehen. Und ich bin absolut begeistert davon. Sie kriegen das Netz, was also wirklich alle Insekten draußen lässt. Das heißt, man kann abends mal das Fenster auflassen. Muss nicht immer das Licht drin ausmachen. Das lockt die ja alle an. Und wir kennen das alle. Wir sind alle schon sehr gestochen worden diesen Sommer. Sie kriegen dieses Band. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich. Und Sie kriegen hier diese Eckteile. Mit diesem Band und diesen Eckteilen kann man sich jetzt tatsächlich sein eigenes Fensterrahmen zusammenschneiden. Und zwar genau so groß, wie dein Fenster ist. Das passt dann auch und lässt sich magnetisch abnehmen. Du musst also nicht mehr jetzt da alles permanent dran lassen. Man kennt ja auch so Lösungen, wo das dann permanent dran gemacht wird. Das hier wirklich genial einfach gemacht. Dieser Rahmen, den Sie da bekommen, der ist zweigeteilt. Das ist einmal ein magnetischer Streifen. Den kleben Sie ganz einfach auf die Innenseite Ihres Fensterrahmens. Und dann haben Sie einen anderen Teil. Und das ist wirklich sehr, sehr clever gemacht. Der wird dann da einfach rüber geschoben. Das ist das Netz. Das ist die Schiene, wo das rüber geschoben wird, wo das reingelegt wird. Und dann schieben Sie ganz einfach hier das Äußere hier drüber. Das passt einwandfrei. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Es ist wirklich kinderleicht und auch sehr gut beschrieben hier. Und dann hält das richtig fest. So, und jetzt kann ich nämlich, weil das hier, wo wir hier diesen roten Streifen sehen, das ist so Industriekleber. Der klebt jetzt bei Ihnen im Fenster fest. Und wenn Sie das dann im Winter nicht brauchen, dann können Sie das ganz einfach magnetisch hier abziehen. Und dann im Sommer, im nächsten Sommer, wenn das wieder losgeht, einfach hier ansetzen. Schon ist es fest. Und weil das eben so flexibel ist und so ganz weicher Kunststoff, kann man das ganz einfach wirklich mit einer Schere machen. Eine Schere ist das Einzige, was Sie brauchen an Montagematerial. Also keine extra Kleber, keine Schraubenzieher, gar nichts. Und das wird einfach nur festgeklebt und lässt sich dann auch rückstandslos wieder entfernen. Wir haben das in zwei verschiedenen Farben. Hier habe ich mal die schwarze Farbe. Ich will Ihnen aber auch mal die weiße Farbe zeigen. Das ist das in weiß dann noch. Je nachdem, wie das bei Ihnen ans Fenster am besten passt. Das Netz ist immer schwarz. Das denken viele Menschen, warum ist das nicht auch weiß? Weiß sieht man. Sieht man deutlicher als hier so ein schwarzes Nest. Das ist wirklich perfekt für jedes Fenster, wenn man das ganz einfach zurechtschneidet und nur noch zusammenschiebt. Und dann kann man es eben im Winter ganz, ganz einfach wieder runternehmen. Also ich bin richtig begeistert von unserer TV-Premiere, denn ich glaube, wir kennen das alle. Wenn man schlafen möchte und da irgendeine Fliege rumfliegt, die stört einen wirklich immer extrem. Aber man möchte eben auch mal die Luft reinlassen. Das sollte man ja auch ein bisschen durchlüften. Und hiermit haben wir dann wirklich eine clevere Alternative und Lösung für Sie. Das Fensterfliegengitter mit Magnet in schwarz. Bestellen Sie gerne mit der ZX 8590 und der 569 hier zum TV-Sonderpreis von gerade mal 22,79 Euro. Und der gleiche Preis gilt auch für die weiße Variante. Also ich würde bei mir auf jeden Fall diese weiße bevorzugen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, wir haben dunkle Holzfenster bei uns in Bremen. Da wäre das schwarz wahrscheinlich ideal. Aber ich habe wirklich noch nie so etwas genial Einfaches gesehen, was auch sehr lange hält. Was man sich also viele, viele Jahre benutzen können, ohne dass Sie irgendeine bauliche Veränderung machen müssen. Oder groß da noch mit Säge und was weiß ich alles zurecht kommen müssen. Das geht wirklich einfach mit einer Schere. Die Bestellnummer für die weiße Variante ist die ZX 8591 und die 569. Finde ich auch super praktisch mit dem Magneten, gerade wenn man es vielleicht im Winter nicht braucht. Ja, das will ja keine Ahnung. Dann kann man es abmachen. Also das ist wirklich hervorragend. Wir haben das Ganze auch noch für Türen. Gerade so eine Balkontür, Terrassentür. Das ist natürlich auch immer so die Sache. Möchte man auch mal gerne auflassen. Und da haben wir jetzt wirklich eine richtig clevere Lösung. Also das ist auch wieder was Geniales, was ich so noch nicht gesehen habe. Normalerweise müsste man so um die ganze Tür so ein Gitter nehmen. Aber ja, aber wie komme ich dann rein oder raus? Da gibt es diese Alutüren, die man da noch einbauen lassen kann. Aber schauen Sie mal, hier geht man ganz einfach durch und es schließt einfach wieder hinter einem. Das ist hervorragend. Ist das nicht genial? Ja, gerade im Sommer, da möchte man ja die Balkontür gerne mal auflassen oder die Terrassentür. Ja. Mal mit der Wäsche rausgehen. Klack. Ist wieder zu. Perfekt. Es ist wirklich perfekt. Das passt also wirklich auf jede Standardtür hier. Die ist ein Meter breit und zwei Meter zwanzig lang. Das können Sie auch noch zurechtschneiden, wenn Ihre Tür kleiner ist. Der Trick hier ist, genau hier in der Mitte. Diese beiden Hälften des Netzes sind mit Magneten verbunden. Das heißt, man kann hier ganz einfach durchgehen. Man muss nicht mal doll drücken oder so. Wenn man durch ist, ist wieder magnetisch zu hier. Ja, super. Auch Haustiere, denen zeigt man das einmal und stellt sie vielleicht auf die andere Seite mit dem Leckerli. Die haben das im Nu raus, dass sie hier auch ganz einfach nur gegenlaufen müssen. Schauen Sie mal, nur durchs Gegenlaufen geht das hier auf und zack, fällt es wieder zu von ganz alleine. Eben, das ist doch super. Du musst keine Tür aufmachen, hast trotzdem frische Luft und hier kommt wieder nichts durch. Ganz engmaschiges Netz hier. Zwei Meter zwanzig lang, ein Meter breit, passt auf jede Tür. Das können Sie im Nu installieren. Das ist auf einer Seite, es ist da so Klett, was man da eben an den Tür, im Innenrahmen der Tür macht. Und dann kann man es da einfach gegen machen. Das hält wirklich sehr, sehr gut. Und du kannst es eben auch, weil es klett ist, im Winter einfach abziehen und im nächsten Sommer machst du es wieder ran. Auch wieder was, was ewig hält. Und so eine einfache Lösung ist. Aber ich habe das noch nie gesehen mit diesen Magneten, dass man hier das einfach so durchgehen kann. Und dann schließt das von ganz alleine wieder, wenn man durchgegangen ist. Das ist wirklich genial. Das ist wirklich richtig genial. Und auch hier haben wir einen super TV-Sonderpreis. Gerade mal 17,09 Euro für diese selbst schließende Fliegennetztür hier in schwarz. Mit der Bestellnummer der NC 8846 und der 569 zu bestellen. Und wir sehen gerade mal, wie einfach das angebracht wird. Auch da müssen Sie wieder nichts bohren, gar nichts einfach ankleben. Das sieht auch noch richtig schick aus da oben. Ja, ja, da oben ist noch so eine kleine Bordüre dran. Also es sieht wirklich sehr schick aus. Das fällt überhaupt nicht auf und dann können Sie ganz einfach rein und raus gehen, als wenn da nichts wäre. Und Sie sehen, das Magnet, wir haben es ja eben im Studio auch gesehen, das schließt von ganz alleine wieder. Das heißt, man muss nichts vormontieren, abmontieren, irgendeine Tür aufmachen. Man kann ganz einfach durchgehen, als wenn da nichts wäre. Das System ist genial mit den Magneten und das habe ich wirklich noch nirgendwo anders gesehen. Außer bei uns hier. Es ist ja wirklich eine Plage diesen Sommer. Wir saßen am Wochenende auch wieder draußen. Es war nicht mal besonders warm oder irgendwas, aber kaum hatten wir unseren Kuchen und unseren Kaffee draußen, waren schon wieder tausend Wespen da. Du kannst natürlich drinsitzen und die Tür zu haben, aber es macht ja keinen Spaß. Lassen Sie frische Luft rein mit unseren Fenstergittern oder hier mit diesem fantastischen Türgitter, was ganz einfach auf alle Türen drauf passt. Ich finde das einfach genial. Das ist wirklich genial. Ich will das auch nochmal machen. Das macht irgendwie richtig Spaß, wenn man weiß, die ganzen Insekten, die bleiben draußen. So können Sie das auch machen. Einfach durchgehen. Sie gehen einfach nur durch und hinter Ihnen schließt die Tür dann von ganz alleine wieder. Und Sie brauchen nicht mal eine Handbewegung zu machen. Sie gehen einfach nur durch. Wie gesagt, mit Haustieren, die lernen das alle innerhalb kürzester Zeit. Aber die Insekten, die kommen da nicht durch. Da können die dagegen fliegen, wie sie wollen. Die Tür bleibt zu für die. Das ist echt hervorragend. Also da sollten Sie wirklich schnell sein, denn das ist einfach gerade super belebt. Aber hier natürlich bei Pöll TV zum TV-Sonderpreis 17,09 Euro. Die bestellen nun mal die NC 8846 und die 569. Und dann können Sie trotzdem einfach mal die Tür offen lassen, Lüften, die Luft reinkommen lassen. Es ist ja auch noch schön, jetzt gerade im Sommer, da möchte man ja nicht die Tür mal zu haben. Aber Sie wissen, mit Sicherheit kommen keine Insekten rein. Und das ist ja natürlich dieser Riesenvorteil. Denken Sie aber auch gerne an unsere Fensterfliegengitter, auch die mit Magnet. Hervorragend einfach. Ja, vor allem, weißt du, man hat das Fenster auf und denkt, oh, bloß kein Licht anmachen, dass nichts reinkommt. Hier, sowohl mit dem Fenster als mit den Türen haben Sie Sicherheit, da kommt nichts rein. Es ist einfachst zu montieren, sowohl das Fenstersystem als auch das Türsystem. Das können Sie auch. Alles, was Sie brauchen, ist eine Schere und schon können Sie loslegen. Und in null Komma nichts ist Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihre Behausung insektenfrei, weil nichts mehr reinkommt. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.